Zwischen dem 31. Mai und dem 1. Juni 1916, während des Ersten Weltkrieges, ist es zu der Seeschlacht vor dem Skagarak gekommen, der bis heute größten Seeschlacht aller Zeiten, zwischen der Flotte von Großbritannien und Deutschland. Ein gigantischer Zusammenstoß von Dreadnoughts, der auch der einzige große Zusammenstoß der Dreadnoughts bis jetzt blieb. Sie wurden erst sehr lange gebaut, dann gab es diese Schlacht und plötzlich bekamen alle Angst um ihre Schiffe. Das reicht erstmal. Das ganze lief ab in den Gewässern von Jutland. Doch zuerst die Geschichte davor. Wie kam es überhaupt dazu? Wir gehen etwa sechs oder sieben Jahrzehnte in der Zeit zurück, um zu erfahren, wie sind die Hauptdarsteller dieser Schlacht, die Dreadnoughts, entstanden. Das Wettrennen, Panzerung gegen Geschoss begann wie immer mit dem Geschoss. Die ersten Dampfregaten Anfang 1850er Jahre waren schon richtige Kunstwerke. Das waren die höchsten Errungenschaften der Schiffsentwicklung der Holzepoche. Sie waren wunderschön, sehr groß, am Rande der mit Holz erreichbaren Festigkeitsgrenzen. Dabei komplette Segelbestückung und eine Dampfmaschine. Das heißt, sie konnten schnell fahren und hatten eine starke Bewaffnung. Obwohl kein Schlachtschiff hatte die Bewaffnung sehr hohe Reichweite. Die hohe Geschwindigkeit erlaubte ihnen, sich von jedem Feind fernzuhalten und aus der Entfernung unter Beschuss zu nehmen. Es schien, dass dies für immer so bleibt. Doch nachdem ein solch eine Fregate gebaut hat, wollten das die anderen auch. Also baute jeder, der konnte solch gute Fregaten. Das bedeutete also, dass sie sich unvermeidlich begegnen und aus diesen weitreichenden Kanonen beschissen werden. Doch sie wurden als Schlachtschiff-Zerstörer gedacht, um zum Beispiel an ein Schlachtschiff von hinten zu manövrieren, ein paar zusätzliche außerplanmäßige Löcher zu machen und schnell wieder abzuhauen. Doch jetzt wartete die gleiche Fregate auf der anderen Seite und wollte auch dir solch unschöne Löcher verpassen. Bereits während des Krim-Krieges versuchten die Franzosen mit schwimmenden, gepanzerten Batterien zu experimentieren. Sie fuhren sie von der Küste und schossen damit auf Positionen an Land. Dabei konnte ihre Gusseisenpanzerung durch nichts durchschlagen werden. Das waren die ersten Schritte. Richtig losgegangen ist es 1859, als die Franzosen die komplett gepanzerte Dampfregate La Gloire wässerten. Das Schiff war komplett mit Stahlplatten geschützt. Das war das erste Panzerschiff. Es hatte die seitliche Artillerieanordnung wie bei den Schiffen der Holz-Epoche. Doch die Briten zögerten nicht, da sie die Seeherrschaft für sich beanspruchten und ließen 1860 die HMS Warrior vom Stapel laufen. Diese Schiffe bekamen die Typenbezeichnung Warrior Class Ironclad. Bereits zwei Jahre später, 1862, kam es zum ersten Gefecht zwischen zwei Panzerschiffen. Das war ein Kampf zwischen zwei lustigen, grotesken Konstruktionen. Es war die berühmte Schlacht von Hampton Roads zwischen den Panzerschiffen Virginia und Monitor im Bürgerkrieg der USA zwischen den Nord- und Südstaaten. Die Virginia der Südstaaten war eine umgebaute Fregatte Merrimack. Zuerst versenkte sie USS Cumberland und USS Congress aus der Blockadeflotte der Nordstaaten. Die dritte Fregatte, USS Minnesota, lief auf eine Sandbank, um nicht versenkt zu werden. Doch dann wurde es dunkel und Virginia ist abgezogen. Doch am nächsten Morgen, als Virginia die Sache vollenden wollte, wartete bereits das Panzerschiff der Nordstaaten, Monitor, auf sie. Monitor war ein speziell gebautes Panzerschiff der Nordstaaten, wurde durch den Schweden Ericsson konstruiert. Das Schiff hatte nur zwei Kanonen, doch diese waren in einem drehbaren gepanzerten Turm eingebaut. Das beeinflusste die Zukunft der Schiffsartillerie. Der Bug war als Rampsporn gestaltet und verstärkt. So kam es zum ersten Gefecht in der Geschichte zwischen zwei Panzerschiffen. Im Gegensatz zu schönen, schnellen, mit gutem Seegang Panzerschiffen aus Frankreich und England waren die beiden sehr absurde Konstruktionen mit sehr geringem Freibord, sehr flach gebaut und mit der Seetauglichkeit einer Axt. Doch ihren Zweck haben sie erfüllt und das Gefecht endete unentschieden. Wie sich herausstellte, konnte mit der alten Schwarzpulver Artillerie gegen vollgepanzerte Schiffe nichts getan werden. Beide Schiffe waren komplett gepanzert. Ein Panzerschiff konnte dem anderen nichts tun. Theoretisch war schon bei der Entwicklung der LaGloire und der Warrior klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Die Kanonen funktionieren nicht gegen diese Panzerung. Einer der Teilnehmer des Gefechts zwischen der Monitor und Virginia sagte, unsere Kanonen waren genauso so effektiv wie ein Gummiball. Das heißt einfach, dass die Durchschlagskraft der Kanonenkugeln einfach zu schwach war. Sie nutzten erhöhte Treibladung, um die Leistung zu steigern und die Panzerung zu durchschlagen. Doch die Kanonen hielten diese Treibladung nicht statt. Die Panzerung sprengen konnten sie auch nicht, da es keine Aufschlagzünder gab. Die Schwäche der Schwarzpulver Artillerie bei fehlenden Aufschlagzünder führte zu paradoxalen Erscheinungen. Beispielsweise im Jahr 1866 hat die österreichische Flotte bei der Seeschlacht von Lyssa im Adriatischen Meer die sehr viel stärkere italienische Flotte zerschlagen durch den Einsatz der Ramm-Taktik. Anstatt das Feuer zu erwidern, haben die Österreicher einfach die italienischen Schiffe gerammt, ganz nach der Tradition der antiken griechischen Seeschlachten. Diese Schlacht bewirkte, dass für die nächsten 40 Jahre jedes bedeutende Kriegsschiff einen Ramm-Sporn bekam. Obwohl dieser Vorbau die Seetauglichkeit der Schiffe stark verschlechterte. Eine weitere große Schlacht der Panzerschiffe gab es bei dem Russisch-Japanischen Krieg der Jahre 1904-1905. Doch seit 1866 ist die Leistung der Dampfmaschinen um ein Vielfaches gestiegen, was eine viel stärkere Panzerung und größere Schiffsmasse erlaubte. Aber wenn die ersten Panzerschiffe einfach komplett rundum mit gleich dicken Platten gepanzert wurden, so wurde klar, dass mit dem Wachstum der Schiffsgröße das nicht mehr machbar war. So ein Schiff wird zu schwer und fährt nirgendwo hin. Also überlegte man sich, wie man am besten das Schiff schützt und gleichzeitig leicht hält. Das führte zu mehreren Philosophien der Panzerung. Zum Beispiel versuchten die Franzosen die Schiffe komplett zu schützen mit gleicher Dicke, die aber insgesamt dafür etwas dünner sein müsste. Es gibt einen Hauptpanzergürtel, der die wichtigsten Teile des Schiffes schützt und die Hilfspanzergürtel, die etwas dünner sind. Natürlich Schutz für die Artillerie-Kasematen und für die Brücke. Im Gegenzug dazu war das britische REIT-System, wo eine Zitadelle mit der möglichst starken Panzerung ausgeführt wurde. In dieser Zitadelle befand sich alles Wichtige wie Munition und Kanonen und der Rest wurde überhaupt nicht gepanzert und wurde nur aus Konstruktionsstahl ausgeführt. Dieses System hat natürlich konkrete Vorteile. Man kann die Panzerung mehr konzentrieren und diese auch auf eine maximale Dicke bringen, ohne dabei viel an Gewicht zuzunehmen. Jedoch wer sagt, dass die ungepanzerten Teile absolut unwichtig sind? Ein Loch im Bug zum Beispiel verschlechtert sofort die Seetauglichkeit. Beim französischen System wiederum war das Schiff dafür leichter zum durchschlagen. Es war also nicht immer klar, ob man die Panzerung so überall einbauen soll, wenn die eh durchschlagen werden kann. Die Antwort auf diese Streitfrage war überhaupt nicht eindeutig. Zwischen den beiden Konzepten gab es natürlich auch häufiger mal Abweichungen in die goldene Mitte. Die Hauptkaliber der Schiffsartillerie wurden anfangs auf halboffenen Geschützbänken platziert. Eine volldrehbare Geschützbank war von viel größerem Nutzen als eine begrenzt schwenkbare, da solche Geschützte einen fast unbegrenzten Beschussbereich haben. Anfänglich noch mit nur einem Frontschild ausgestattet, wurden sie später mit einem Panzerkuppel abgedeckt. Doch mit der Entwicklung von guten Elektromotoren konnten vollwertige, drehbare gepanzerte Türme verbaut werden. Der drehbare Turm, der Monitor, wurde mit Dampf angetrieben und war schwer in Bewegung zu setzen. Aber wenn er sich einst bewegte, war es schwer ihn wieder anzuhalten. So wurde die tödlichste, wie damals schien, Maschine in der Geschichte der Menschheit als das Panzerschiff geboren. Die Verkörperung dieser Macht stellt das Einheitslinienschiff Mikasa, das Flaggenschiff von Admiral Togo dar, mit dem er die russische Flotte bei Tsushima zerschlagen hat. Es sank zwar, es wurde aber gehoben und stellt ein Museum in der Stadt Yokosuka dar. Das ist eine beeindruckende Maschine, obwohl manches russisches Panzerschiff der Zeit viel stärker war. Doch dieses ist noch ganz und kann heute bewundert werden. Seine Länge beträgt 131 Meter. Panzergürtel bis zu 229 Millimeter. Vier Kanonen Kaliber 305 Millimeter in zwei Drehtürmen. Panzerung der Brücke 356 Millimeter der Krupp-Panzerung. Geschwindigkeit bis zu 18 Knoten, also 18 Seemeilen pro Stunde. Zur Krupp-Panzerung kann man auch was erzählen. Die erste Panzerung bestand einfach aus dicken Stahlplatten. Dann stellte sich heraus, dass Gewalz der Stahlplatte fester ist als zum Beispiel gegossene. Wenn man die Oberfläche dabei noch mit Kohlenstoff anreichert, wird die Panzerung härter. Dafür wurde auf der Stahlplatte Holzkohle verbrannt, wodurch in die Stahloberfläche in das Kristallgefüge des Stahls Kohlenstoffmoleküle eindringen und das Gefüge verhärten, wenn man das Metall dann rasch abkühlt. Diese Panzerung war doppelt so hart wie normale Stahlplatten. Bedeutet 100 Millimeter dicke Platte war genauso standfest wie die 50 Millimeter gehärtete Platte. In Deutschland hat man sich gedacht, das können wir besser und beschleunigte den Härtungsprozess. Denn das Vorgehen mit der Holzkohle nahm etwas über einen Monat Zeit. Also hat man bei Krupp die erwärmte Stahlplatte mit Gas unter hohem Druck angeblasen. Dieses Gas enthielt Kohlenstoff, so dass dieser unter Druck sehr schnell in das Stahlgefüge eindrang. Dadurch ging die Herstellung der Stahlplatten deutlich schneller voran. Doch Krupp ging noch weiter und reicherte den Stahl mit Nickel, Mangan, Schwefel und weiteren Stoffen an, um gleichzeitig die Festigkeit und Härte zu steigern, aber den Stahl elastisch zu machen, damit er nicht so leicht bricht. Die Abkürzung KCA für diesen Stahl steht für Krupp-Cemented Alloy, bedeutet verstärkte Krupp-Legierung. Diese Legierung wurde von Krupp nicht nur für die deutsche Marine, sondern natürlich auch für den Weltkonkurrenten Großbritannien geliefert. Ganz nach dem Motto, Geld stinkt nicht. Die Bewaffnung wurde auch stärker. Statt Glattrohrkanonen kamen jetzt Kanonen mit gezogenem Lauf. Diese hatten einen Drahal. Statt runden Kanonenkugeln kamen konische Geschosse mit Aufschlagzündern, die beim Auftreffen explodieren. Das war wichtig, damit Sprenggranaten entwickelt werden konnten, die beim Auftreffen auf das Ziel sofort explodieren. Ebenfalls konnten jetzt panzerbrechende Granaten entwickelt werden, die einfach aus Stahl bestehende spitze Geschosse darstellten, deren Aufgabe es war einfach die Panzerung der Schiffe durch die Formgebung, hohe Masse und Geschwindigkeit zu durchbrechen. Sie hatten einen Bodenzünder, so dass dieser verzögert reagierte und erst hinter der Panzerung explodierte, damit im Inneren des Schiffes möglichst hohe Zerstörungen angerichtet werden. So wurde klar, dass man sich nicht zu 100% vor einer Kanone schützen kann. Es musste also die Wirkung der Schüsse abgeschwächt werden. Denn ein Schiff, das die Treffer eines Hauptkaliber-Geschützes von allen Seiten aushalten kann, wird sich auf den Grund stellen und so einfach stehen bleiben, wie ein wunderbares Monument der menschlichen Idiotie. Die Seeschlachten im Russisch-Japanischen Krieg wurde also sehr genau beobachtet. Da die Japaner den Krieg gewarnen, schien es, dass sie alles richtig gemacht haben. Genauso muss man also vorgehen in der Zukunft bei einer Seeschlacht. Doch eine Person nahm sehr viel Einfluss auf die zukünftigen Taktiken der Seeschlachten. Das war John Abutnon Fischer, der 1st Baron Fischer mit dem Spitznamen Jackie Fischer. Er erreichte die Einführung der Großkampfschiffe, Dreadnauts genannt. Dieses Schiff sollte nach Fischers Vorstellung nur Großkaliber-Artillerie besitzen. Denn nach den Seeschlachten zwischen Russland und Japan gab es eine neue Philosophie im Schiffsbau. Das Hauptkaliber nur als Hilfsmittel zu nutzen und mit ca. 1 bis 2 Kanonen je Schiff, um die Schiffe mit Mittelkaliber-Artillerie vollzustopfen. Die viel höhere Feuerrate der Mittelkaliber, 152-200mm, sollte eine immense Feuerunterdrückung durch Sprengeschosse gewährleisten und so jedes feindliche Schiff unbrauchbar machen. Das Hauptkaliber würde man nur nutzen, um die Gegner zum Aufgeben zu bewegen. Oder man könnte sogar komplett darauf verzichten, denn die mittleren Kaliber wären viel günstiger in der Herstellung, die Munition viel günstiger, dazu die höllische Feuerrate. Doch nicht nur die mittlere Artillerie hat sich weiterentwickelt, auch die Hauptkaliber wurden immer fortschrittlicher. Neue Elektroantriebe ermöglichten immer schnelleres Nachladen der großen Geschütze. Aber auch die Torpedos, der neuen Schrecken der Schiffe im neuen 20. Jahrhundert. Der Ursprung der heutigen Torpedos liegt in der Selbstfahrmine Whitehead, so genannt nach dem Robert Whitehead. Ihr Kaliber wuchs bis auf 530mm. Sie konnten weiter und schneller fahren und dabei mehr Sprengstoff mitführen. 300kg Sprengstoff unter der Wasserlinie tut eben keinem Schiff gut. Damit auf Entfernung zu treffen war nicht so einfach, doch im Nahkampf funktionierte das. Das kleinste Schiff mit einem Torpedo könnte das größte Schiff zerstören. Mit diesen ganzen Fortschritten wurde bereits 1880 an den Bau eines viertürmigen Panzerschiffes mit 8 Kanonen des Kalibers 406mm gedacht. Aber 1904 wurde Fischer zum ersten Seelord und ob man es wollte oder nicht, musste nun auf ihn gehört werden. Denn erster Seelord ist der höchste Dienstgrad, den man innerhalb der britischen Royal Navy erreichen kann. Es gibt aber noch den ersten Lord der britischen Admiralität, der den ersten Seelord von der Seite der Regierung kontrolliert, damit er nicht das ganze Landesbudget in die Wellen setzt. Am 22. Februar 1905, direkt nach dem Russisch-Japanischen Krieg und nach langen Diskussionen, wurde der Bau eines neuen Schiffes in Portsmouth, England angefangen. Der Bau lief mit einer fantastischen Geschwindigkeit für ein solch riesiges Panzerschiff. Am 2. Oktober 1906 war das Schiff bereits fertig und ist in den Dienst der Flotte gestellt worden. Das war ein richtiges Monster mit einer Länge von 161 Metern und einer Wasserverdrängung von 21.000 Tonnen. Die Dicke der Panzergürtel betrug von 203 bis 279 mm. Das Schiff erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 21,5 Knoten. Zum Vergleich hatte der Mikasa nur 18 Knoten, obwohl die beiden fast gleich alt waren. Die Bewaffnung bestand aus 10 Kanonen mit einem Kaliber von 12 Zoll, also 30,5 cm, in 5 Doppeltürmen. Es gab keine Mittelkaliberkanonen, nur 22 Kanonen, 76 mm Artillerie gegen Minen. Der Name des Schiffes war Dreadnought. Der Name bedeutet so viel wie Furchtlos oder Fürchte nichts und das stimmte auch, denn zu dem Zeitpunkt hatte er nichts zu befürchten, weil mit seinem Stappellauf alle anderen im Dienst stehenden Panzerschiffe schlagartig veralteten. Sogar die erst kürzlich 1904 und 1905 gebauten Schiffe. Die immensen Geldsummen für diese Schiffe wurden quasi aus dem Fenster geschmissen, wegen einem einzigen Schiff. Das Dreadnought hatte keinen Rahmsporn am Bug, sehr moderne schnittige Linie, gemischter Öl-Kohlebrennstoff, was durch besseren Ölwirkungsgrad mehr Leistung brachte und durch weniger Rauchentwicklung für schlechtere Sichtbarkeit gegenüber der Gegner sorgte. Eine einheitliche Artilleriesteuerung von einem Posten und sehr fortschrittliche Entfernungsmesser. Die Antriebswellen wurden nicht mehr wie früher mit Kolben, sondern durch Turbinen angetrieben. Die hohe Geschwindigkeit von 21,5 Knoten erlaubte es ihm aus jedem Gefecht, das für ihn ungünstig war, rauszukommen und dem Gegner ein Gefecht aufzuzwingen unter für sich selbst günstigen Bedingungen. Die 10 Hauptkaliberkanonen bedeuteten zweieinhalbmal mehr Feuerkraft auf höhere Distanz als jedes andere Panzerschiff bisher. Er könnte also alleine zwei bis drei feindliche Schiffe jeder beliebigen Klasse bekämpfen und wenn es schlecht für ihn lief, einfach abhauen. Von nun an konnte kein Land auf der Welt, das etwas zu sagen haben wollte, nicht ernsthaft mitreden, wenn es keine Dreadnought Flotte hatte. Es ging also kein Wettrüsten an, sondern ein Wettrüstrennen. Denn das Geld, was vorher für Panzerflotten verschluckt wurde, war nichts im Vergleich zu den Goldströmen, die für die Dreadnoughts draufgegangen sind. Diese erlaubten eine noch nie dagewesene Dominanz auf dem See. Und die Dominanz wollte natürlich auch jeder für sich haben. Der Erfinder dieses Konzeptes war der US Admiral Alfred Thea Mahan. Er hatte bereits 1890 ein Buch veröffentlicht, das heute kurz Sea Power, also Seemacht genannt wird, wo er das Konzept der Geopolitik beschrieben hatte. Die Schwerpunkte waren wie folgt. Die Weltmeere sind kein Hindernis, sondern ein Weg. Die Kontrolle der Meere entscheidet über die Frage der Herrschaft. Als Beispiele nannte er Napoleon, Alexander den Großen und Hannibal, die zu Lande nur gesiegt haben, doch den See nicht kontrollierten. Daher zerfielen ihre Imperien. Seemacht ist also der Schlüssel zum See und die Basis für eine solche Seemacht bietet eine starke industrielle Basis im Hinterland, also eine industrielle Metropole. Die Verteidigung der eigenen industriellen Metropole beginnt an der Küste der gegnerischen Metropole. Bedeutet, man muss ständig in der Angriffsposition sein. Der Angriff muss so ausgelegt werden, dass der Gegner zu einer Generalschlacht gezwungen wird. Die Kreuzerschlacht gegen die Handelsschifffahrt ist zweitrangig. Er sagte auch als Erster, wer das Öl beherrscht, beherrscht die Welt. Diese Herren verstanden schon damals, worauf es ankommt. Nicht umsonst haben manche Länder heutzutage eine solch starke Flotte. An diesen Ideen fand der erste Seelort Jacky Fischer großen Gefallen. Er hatte sie aufgegriffen und erweitert durch solche Begriffe wie geostrategischer Punkt. Er war also der Mitbegründer der heutigen Geopolitik. Entsprechend diesem Konzept heißt es, wenn ein Land zu See etwas erreichen will, kommt es früher oder später in eine Generalschlacht. Aber um mit einem Dreadnought zu kämpfen, braucht man selbst einen Dreadnought, der vielleicht sogar besser ist als der gegnerische. Noch besser wären zwei davon. Dreadnought Texas aus dem Jahr 1913 hat es bis zu unseren Tagen geschafft. Der Hauptgegner von Großbritannien war natürlich Deutschland. Die gestrige Nation der Dichter und Denker reagierte auf diese ganzen Entwicklungen durch den Bau von vier Dreadnoughts des Typs Nassau im Jahre 1909. Drei Jahre nach dem britischen Dreadnought wurde das erste in Dienst gestellt. Nach Nassau folgten Westfalen, Rheinland und Posen. Zum Vergleich das russische Schlachtschiff Oslabla, das 1903 in Dienst gestellt wurde, kostete 11 Millionen Goldrubel, was in etwa 22 Millionen Goldmark entsprach. Der Unterschied war also sehr dramatisch. Und davon brauchte man natürlich viele. Nassau hatte etwas kleineres Hauptkaliber mit 280 mm, aber dafür eine weitaus höhere Feuerrate als die britischen Mark 10 Kanonen mit 305 mm. Sechs Doppeltürme mit zwölf Kanonen und Hilfsartillerie. Zwölf Kanonen mit 150 mm. Auf die Hilfsartillerie konnte nicht komplett verzichtet werden zur Minenbekämpfung. Die Geschwindigkeit betrug bis zu 20 Knoten, also 1,5 Knoten langsamer als Dreadnought. Aber dafür eine ausgezeichnete Panzerung mit bis zu 300 mm Panzergürtel. Die Briten haben die Serie der Dreadnoughts um die Klasse Bellerophon erweitert. Danach folgte die Serie St. Vincent, die auch sehr ähnlich waren mit dem bedeutenden Unterschied, dass diese Serie bereits die Kanonen Mark 11 hatten. Diese waren 50 Kaliber lang, im Unterschied zu Mark 10, die nur 45 Kaliber lang waren. Die neuen Kanonen wurden auf zwei Dreadnoughts des Typs Neptun und zwei Dreadnoughts des Typs Colossus verbaut. Das waren die letzten britischen Schiffe mit der 12 Zoll Artillerie. Denn weiter wurde das Schiff des Typs Orion gebaut, das zu den Super Dreadnoughts gezählt werden konnte. Dieses hatte bereits im Jahre 1912 die Mark 5 Kanonen mit dem Kaliber von 13,5 Zoll, also 343 mm. Die Panzerbrechen der Granate mit dem Gewicht von 635 kg flog auf eine Entfernung von 21 km. Für den Ausgleich des Wellenganges wurden die Schiffe mit einer Anlage ausgestattet, die für den elektrischen Abzug den Stromkreis erst geschlossen hat, wenn der Schiffsrumpf gerade Position erreichte. Die Entfernungsmesser hatten eine sehr große Messbasis. Mit diesem wurde der Abstand bis zum Ziel mittels Triangulation bestimmt. Danach folgte ein Probeschuss mit einer Kanone. Anhand der Treffer hat man die Korrekturen vorgenommen und näherte sich dem Ziel normalerweise immer mehr. Das Hauptproblem dabei war, dass der Gegner das gleiche durchführte. Also musste das Schiff manövrieren, wenn es nicht so scharf auf das Echo war. Also mussten die Schützen ständig auch eigene Kursänderungen berücksichtigen. Die Kopfrechnungen mussten ungefähr mit der Geschwindigkeit heutiger Computer durchgeführt werden und das mit Hilfe nur eines Rechenschiebers. Zumindest wurden die Mannschaften darauf trainiert, für den Fall des Ausfalls der mechanischen Rechner. Denn die Schiffe hatten schon solche Vorrichtungen, mit denen alles berechnet wurde. Auf die von Großbritannien gebauten Schiffe antwortete Deutschland mit dem Wessern von vier Schlachtschiffen der Klasse Ostfriesland 1908 bis 1912. Die Ostfriesland selbst wurde zum ersten Dreadnought, das durch Flugzeuge versenkt wurde, als es von der USA als Zielschiff für die Flugzeuge genutzt wurde. Sie alle waren zwar langsam, hatten jedoch eine starke Panzerung nach dem französischen System, also maximale gepanzerte Fläche. Sie hatten sehr hohe Überlebensfähigkeit, da die Deutschen ein ausgezeichnetes Schiffserhaltungssystem hatten. Das Hauptkaliber bestand aus zwölf 305 mm Kanonen in sechs Türmen mit der Rohrlänge von 50 Kalibern. Diese Kanonen hatten eine höhere Mündungsgeschwindigkeit und waren daher den britischen 305 mm Kanonen überlegen. Die Weiterentwicklung dieser Schiffe führte zu den Dreadnoughts des Typs Kaiser. Dies wurden fünf Schiffe mit einer hohen Geschwindigkeit, die mit der britischen Orion konkurrieren konnte. Sie betrug 23,4 Knoten, also 43 kmh. Die Kanonen waren auch wieder nur 305 mm, die gleichen wie bei der Ostfriesland, aber nur zehn Stück in fünf Türmen. Die Panzerung wuchs bis auf 350 mm an der Wasserlinie an und sogar 400 mm beim vorderen Leitstand. Dem folgten die vier Dreadnoughts König, die praktisch schon während des Kriegs 1914 in Dienst gestellt wurden. Sie hatten einen Panzergürtel mit 350 mm der ausgezeichneten Krupp-Panzerung, die Baukosten beliefern sich auf 45 Mio. Mark pro Stück. Das Wettrüsten hat also ungeahnte Ausmasse erreicht und das noch viele Jahrzehnte vor dem Kalten Krieg. Jeder wusste, dass es Wahnsinn war, so viel Geld für Waffen auszugeben. Doch ein noch größerer Wahnsinn war es, dieses Geld nicht auszugeben, weil die anderen taten es ja. Der letzte Typ des Dreadnoughts Deutschlands im Ersten Weltkrieg wurde Bayern. SMS Bayern und ihr Schwesterschiff SMS Baden wurden bereits 1915 und 1916 fertig gebaut. Die Nachfolger SMS Württemberg und Sachsen konnten wegen des Krieges nicht fertiggestellt werden. Die Bayern war ein Großlinien-Schiff oder Super Dreadnought. Die Länge betrug 180 Meter und die maximale Wasserverdrängung 32.000 Tonnen. Panzergürtel waren bis zu 350 mm dick und im Kommandostand sogar bis zu 400 mm. Die Geschwindigkeit 22 Knoten, was 41 kmh entspricht. Die Bewaffnung bestand aus 8 Geschützen in 4 Doppeltürmen mit einem Kaliber von 380 mm. Jede Kanone samt Verschluss brachte 77,5 Tonnen auf die Wage und jeder Turm trug zwei davon. Ein Rohr war 17,5 Meter lang und verschoss Granaten mit einem Gewicht von 750 kg. Diese verließen das Rohr mit einer Geschwindigkeit von 800 m pro Sekunde. Stellt euch dieses schwere Geschoss vor, das mit der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel fliegt. Um diese Leistung zu erreichen, wurde 277 kg Treibladung benutzt. Das Ganze konnte alle 26 Sekunden einen Schuss abgeben. Das konnte natürlich nur mittels eines Nachlademechanismus erreicht werden. Doch noch wichtiger war eine gut trainierte Mannschaft. Wenn also die SMS Bayern volle Breitseite schoss, bedeutete das, dass gleichzeitig über 2 Tonnen Treibladung auf einmal gezündet wurden und 6 Tonnen Stahl mit Sprengstoff gefüllt zum Ziel flogen. Zum Vergleich die Fregatte HMS Victory, das Flaggschiff von Vizeadmiral Nelson in der Seeschlacht vor Trafalgar am 18. Oktober 1805 konnte mit voller Breitseite 50 Kanonen abfeuern und somit 512 kg Eisen ins Ziel schicken. Eine 32 Pfund Kanonenkugel hatte den Tod des Sekretärs von Captain Hardy, Thomas Wilp, bewirkt. Als die Kugel an seinem Kopf vorbeiflog, erzeugte sie einen Unterdruck, was dem Sekretär die Luft aus der Lunge saugte. Seine Lunge ist kollabiert und er erstickte. Was konnten denn diese 750 kg Geschosse im Ziel bewirken? Auf eine Entfernung von 4,5 km konnten die panzerbrechenden Granaten 620 mm von der Krupp-Panzerung durchschlagen. Auf 23 km waren es immer noch 226 mm. Eine Sprenggranate dieser Kanone verteilt die Splitter auf einer Fläche von 1500 x 500 m. Diese Entwicklung ist umso mehr erstaunlich, wenn man an die Schlacht von Lisa 1866 denkt, wo die Schiffe sich gegenseitig rammten, in bester Tradition der Antike, wie bei der Schlacht von Salamis 480 v. Christus. Es vergingen nur 50 Jahre und es schwimmt dieses Stallungetüm im Wasser. Die Jungs, die zu Zeiten der Seeschlacht von Lisa 15 Jahre alt waren, waren jetzt ungefähr 65 und die wussten es noch. Diese Entwicklung haben sie miterlebt. Die Briten sind aber auch nicht zurückgefallen, denn nach der Klasse Orion kam die Klasse King George, der 5. Der Unterschied zur Orion-Klasse war nicht groß, schneller um einen Knoten und eine bessere Anordnung des Entfernungsmesspostens vor dem Kaminrohr, damit der Rauch nicht die Optik entstört. Die nächste Klasse war Iron Duke, der eiserne Herzog, mit drei Schiffen, die kurz vor dem Krieg 1914 in den Dienst gestellt wurden. Die Minenabwehrartillerie wurde von 102 mm auf 152 mm verstärkt. Das war nicht einfach, da der Jackie Fischer darauf bestand, dass man es gar nicht braucht. Es reichen auch 76 mm Kanonen, meinte er. Was wollt ihr mit den kleinen Kanönchen? Ihr habt da solch Monster-Dinger. Da er aber zu der Zeit gegangen wurde, der neue erste Seelort hatte den Einbau des 152 mm durchgesetzt. Vor allem, was zweitrangige Aufgaben betrifft, kann das mittlere Kaliber nützlich sein. Zum Beispiel gegen Torpedo-Boote oder Zerstörer kann es eingesetzt werden. Bei den deutschen Dreadnought war es schon fast Standard, die 15 cm Kanonen des mittleren Kalibers zu verwenden. Im Jahr 1915 wurde das erste Dreadnought Schiff der Klasse Queen Elizabeth in den Dienst gestellt. Weitere vier Schiffe folgten. Das war eine revolutionäre Antwort auf die deutschen Super Dreadnoughts. Diese Klasse sollte erst nur etwas bessere Iron Duke Klasse darstellen. Doch der erste Lord der Admiralität, damals der junge Winston Churchill, setzte die Erschaffung von Superschiffen durch mit dem Kaliber von 381 mm. Für diese Kanonen musste ein komplett neues Schiff her, das über 190 Meter lang war. 33.000 Tonnen Wasserverdrängung, 8 Kanonen Mark 1 mit 42 Kaliber Lauflänge und 381 mm Kaliber. Das Schiff konnte bis zu 24 Knoten, also 44 kmh schnell sein, trotz dieser Größe und des Gewichts. Panzergürtel bis zu 330 mm. Von diesen Superschiffen haben die Briten ganze 5 Stück gebaut, während die Deutschen nur 2 schafften. Sie waren einfach unglaublich teuer. Jedes Schiff von der Queen Elizabeth Klasse kostete über 3 Millionen Pfund in damaligen Preisen. Danach konnte Großbritannien jedoch noch 5 Schiffe der Revenge Klasse bauen. Diese waren der Queen Elizabeth ähnlich. Diese Dreadnoughts bildeten die Hauptschlagkraft der SE Streitkräfte. Sie wurden für eine Generalschlacht gebaut. Alle warteten auf einen Krieg. Absolut jedem war klar, dass es einen Krieg geben wird. Die Briten nannten den Tag einfach The Day, also den Tag, an dem sie die Deutschen vermöbeln würden. Es gab sogar einen Trinkspruch, 4D, also auf den Tag. Also ein Schlachtschiff Dreadnought ist natürlich eine coole Sache. Jedoch hatten sie eine begrenzte Funktionalität. Es ist einfach zu teuer für kleinere Aufgaben. Aber irgendwas braucht man ja auch für die Kleinigkeiten. Mal eine Handelsflotte jagen oder kurz Bier holen. Dafür gibt es ja die Kreuzer. Aber sobald du einen Kreuzer schickst, irgendeine Handelsflotte zu jagen, kommt natürlich ein feindliches Kreuzer, um den Deinen zu jagen. Also braucht man einen Kreuzer, wie bei einem Dreadnought. Aber mit der Geschwindigkeit eines Kreuzers. Also wurde ein neuer Typ erfunden, der Linienkreuzer oder Schlachtkreuzer. British Battlecruiser. Die Briten waren hier die Ersten. Der uns bereits bekannte Jackie Fischer hatte diese Idee aktiv durchgesetzt. Das mussten riesige Schiffe sein, die fast der Größe eines Dreadnoughts entsprachen, aber mit einer etwas dünneren Panzerung. Wie der Fischer sagte, die Geschwindigkeit ist ihre Panzerung. Sie waren wirklich sehr schnell, da sie trotz der immensen Größe die Geschwindigkeit eines leichten Kreuzers hatten, damit jedes andere Schiff eingeholt und versenkt werden kann. Somit wäre eine totale Überlegenheit auf den Versorgungswegen der Gegner sichergestellt. So ein Schlachtkreuzer könnte es mit einer ganzen Abteilung anderer Kreuzer aufnehmen. In Deutschland wurde die SMS von der TAN zum ersten Schlachtkreuzer. Ein 171 Meter langes Schiff und bis zu 27 Knoten schnell. Im Gegensatz zu den Briten hatte es eine ernsthafte Panzerung von 250 Millimeter. Die acht Kanonen waren mit 280 Millimeter Kaliber etwas kleiner ausgelegt als die der britischen Invincible mit 305 Millimeter. Jedoch hatten die kleineren Rohre eine höhere Feuerrate und dank dem besseren Schießpulver höhere Mündungsgeschwindigkeiten, was die Granatenwirkung im Ziel vergleichbar machte. Zudem wurde die deutschen Mannschaften weitaus besser trainiert, um höhere Trefferquoten zu erreichen. Obwohl Invincible-Klasse unbesiegbar bedeutet, hatte sie nur eine 152 Millimeter Panzerung am Gürtel. Sie waren nur 26 Knoten schnell. Die Verbesserung der Invincible-Klasse führte zu Indefatigable-Klasse. Davon wurden auch drei Stück gebaut, einschließlich Australia und New Zealand. Sie wurden so genannt, weil sie für das Geld von Australien und Neuseeland gebaut wurden. Nach der Fertigstellung sollten sie den Flotten dieser Staaten übergeben werden. Australia wurde an Australien übergeben, doch Neuseeland musste in die Röhre gucken. Aber das Geld wurde angenommen, denn die Arbeit wurde ja verrichtet. Eigentlich wollten die Briten damit schon aufhören, jedoch wurden 1908 die Pläne Deutschlands veröffentlicht, jährlich vier Schlachtschiffe zu bauen. Also wurde das britische Schiffsbauprogramm erweitert um drei weitere Schlachtkreuzer mit Kanonen der Kaliber 343 Millimeter, wie bei den Super-Dreadnauts. Es waren die stärksten Schlachtkreuzer ihrer Zeit. Bereits ein Schiff der Invincible-Klasse kostete 1,7 Millionen Pfund pro Stück. Das wären ca. 40 Millionen Mark in deutscher Währung. Doch jedermann verstand, bauen müssen wir sie trotzdem. Denn die anderen bauen sie ja auch, da die Welt nur so von Freundesstaaten wimmelt und alle wollen nur das Beste für die anderen. In Friedenszeiten haben die Schiffsmannschaften sich gegenseitig besucht und die Offiziere wie die Mannschaft miteinander das eine oder andere Gläschen getrunken. Das Verhältnis der Seeleute verschiedener Länder zueinander war gar nicht schlecht. Als der Erste Weltkrieg losging, wurde der Nordostkanal, der erste Ausbau, damals noch Kaiser-Wilhelm-Kanal, eröffnet. Und da war ein politisches Geschwader zu Gast in Deutschland, das sofort die Anker lichten und dort schnellstens abhauen musste. Es gab unter Deutschen keine Anglophobie. Das Verhältnis war eher freundschaftlich, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Jedoch verstanden die Deutschen, dass sie auch Schlachtkreuzer brauchen und bauten zwei Stück der Moltke-Klasse. Sie hatten 270 mm Panzergürtel und 10 Kanonen des Kalibers 280 mm, aber mit längeren Rohren L50. Jedes Schiff kostete fast 43 Millionen Mark. Das nächste deutsche Schlachtkreuzer Seidlitz kostete fast 45 Millionen Mark. Mit einem 300 Millimeter Panzergürtel, dabei konnte er 28 Knoten schnell werden. Er war größer als die Dreadnauts mit 200 Meter Länge. Doch die stärksten Schlachtkreuzer, die das Deutsche Kaiserreich auf die Welt brachte, waren SMS Derflinger, Hindenburg und Lützow von der Derflinger Klasse. 210 Meter Länge mit 26,5 Knoten Geschwindigkeit und 8 Stück 305 mm Geschützen kombiniert mit einem 300 mm Panzergürtel und Baukosten von ca. 60 Millionen Mark. Die Benennung der Zerstörerschiffe und der U-Boote lassen wir mal außen vor. Diese ganzen zuvor genannten technischen Daten sind natürlich eine absolute Vereinfachung. Denn ein Schlachtschiff ist ein hochkomplexes System, in dem alles wichtig ist. Von den verwendeten Nieten und Panzerschrauben bis zu den mechanischen Rechnern, Feuerleitgeräten, Wasserzuführrohren, Kondensatoren, komfortablen Arbeitsbedingungen für die Mannschaften. Ein Dreadnought war das erste Schiff, dessen Antriebsraum nicht wie eine Vorstufe zu der Hölle aussah. Die Mannschaft hatte eine höhere Kampfbereitschaft für eine längere Dauer. Daher ließen die Angaben der Kaliber, Panzerung und Geschwindigkeit nur zu ca. 5% in der Gesamtbewertung für ein Schlachtschiff. Aber das sind die Angaben, die jeder versteht und die am meisten Eindruck verleihen. Also ging der Erste Weltkrieg 1914 los. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, wie man hier unschwer erkennen kann. Dabei wurde hier noch nicht über die anderen Länder wie Österreich, Ungarn, Frankreich, Italien, Russland und USA erzählt. Denn dort stimmt ja auch alles, obwohl in kleineren Ausmaßen. Also sind alle vorbereitet in den Ersten Weltkrieg reingegangen, doch dann stellte sich raus, dass sie alle sehr viel Angst haben um ihre Schiffe. Denn sie hatten einfach eine undenkbare Feuerkraft und es war einfach nicht klar, was dabei rauskommt, wenn diese mächtigen Maschinen aufeinanderstoßen. Dazu kamen auch noch diese undenkbaren Kosten, die für den Bau draufgegangen sind. Der Verlust eines solchen Schiffes würde ein riesiges Loch ins Budget eines jeden Landes reißen. Doch auch der Betrieb des Schiffes ist eine Hochgeschwindigkeits-Geldaussaugpumpe. Wenn du ein Land in den Ruin treiben willst, schenke ihm ein Schlachtschiff. Und wenn du so ein Schiff für teuer Geld gebaut und betrieben hast, dann wird das Ding einfach versenkt. Und was dann? Und da wäre ja noch die Mannschaft bis zu 1000 Mann oder sogar noch drüber. Diese ganzen Renten an die Hinterbliebenen. Stellt euch das mal vor. So saßen die Schiffe in den Heffen und jeder hatte Angst, anzufangen. Die Briten hatten besonders Angst, auf Deutsche zu stoßen, obwohl die britische Flotte die stärkste auf der ganzen Welt war. Es war die größte, zahlreichste, großkalibrigste, dickhäutigste Flotte damals. Doch die Briten dachten, wenn wir die Deutschen in die Ecke treiben, werden wir sie wahrscheinlich alle versenken. Glauben wir zumindest. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Wir verlieren eine Zahl unserer Schiffe. Danach können wir die verlorenen Schiffe nicht neu bauen, da sie zu viel kosten. Dann wird die britische derzeit größte Flotte der Welt zur zweitgrößten Flotte der Welt. Die USA übernimmt sofort die Führung. Wir müssen also den Spagat schaffen, gewinnen und zeitgleich die Flotte erhalten. Daher haben sie versucht, sich gegen gegenseitig zu provozieren mittels Kreuzer. Die ganze Schwere des Krieges wurde also auf den Schultern der billigeren, kleineren Schiffe ausgetragen. Die durften auf der ganzen Welt die Handelsflotten und Fischer überfallen. Beispielsweise die Schlacht auf der Doggerbank ging mit der Jagd auf die britischen Vorposten und Fischerboote los. Der Kreuzerkrieg lief auf der ganzen Welt, um den Gegner zu einer für ihn ungünstigen Spazierfahrt auf dem See rauszulocken, um ihn dann irgendwie geschickt abzufangen. Es gab eine Serie von kleineren Schlachten, wie das Seegefecht bei Cornell. Da haben die Deutschen zwei britische Panzerkreuzer abgefangen und versenkt. Dann sind sie von der Küste Peru um Südamerika rumgefahren und bei den Volklandinseln wurden sie bereits erwartet. Auch die britische HMS Invincible war dabei. In diesem Gefecht wurden dann zwei deutsche Kreuzer versenkt und der Admiral Maximilian von Spieh getötet. Dann gab es das Seegefecht bei Helgoland. Dort kämpften wieder die Kreuzer untereinander. Doch die Schlachtschiffe stehen weiterhin in den Häfen und langweilen sich. Zu teuer. Manchmal sind gar Schlachtkreuzer aufeinander gestoßen und aus der Ferne gegrüßt mit ein paar Granaten. Doch es gab keine entscheidende Schlacht. Die Deutschen sind aber leider einen Schritt weiter gegangen und dabei gegen jegliches Kriegsrecht verstoßen, als sie ihre Schlachtkreuzer losschicken, um die britischen Küsten unter Beschuss zu nehmen. Das war noch 1914 der Raid auf Scarborough, Huddlepool und Whitby. Mit diesen riesigen Kanonen schossen sie auf eine Stadt, wo hauptsächlich nur Zivilisten umkamen. Das natürlich in der Hoffnung, dass die britische Grand Fleet die Verfolgung aufnimmt und so in eine Falle reinläuft. Doch die Briten witterten die Falle. Zuvor beim Raid auf Yermouth wurde ebenfalls keine Verfolgung unternommen. Die Hochseeflotte der Kaiserlichen Marine wurde angeführt vom Admiral von Ingenol. Er verlor aber seinen Posten nach dem Seegefecht auf der Doggerbank, da die Briten eine bekannte Anzahl ihrer erstklassigen Schiffe auslaufen ließen, was die Hochseeflotte nutzen könnte, um diese abzufangen und zu versenken. Doch Ingenol befahl keine Abfangjagd. Stattdessen wurde der Schlachtkreuzer Blücher verloren und Ingenol befahl, in die Basis abzudrehen. Dafür wurde er rausgeschmissen, obwohl er nur dem Befehl Kaisers folgte. Die Schlachtschiffe nicht ohne seine persönliche Erlaubnis zu nutzen. Er spielte also den Sündenbock. Für die Briten bestand ebenfalls die Gefahr der U-Boote. Denn bereits zu Kriegsbeginn versenkte ein deutsches U-Bot durch drei Salven drei britische Kreuzer. Sie fuhren entgegen allen Vorsichtsmaßnahmen mit langsamer Geschwindigkeit, voller Beleuchtung und ohne Richtungsänderungen zur Torpedoabwehr. Die Deutschen nahmen es als Geschenk. Zulande artete der Positionskrieg aus. Von daher war klar, dass die Hauptlast des Krieges auf die Flotte übertragen wird. Jemand muss also die Initiative ergreifen. Es wurden verschiedene Pläne erarbeitet, um den Gegner in den See rauszulocken, um seine Zahl zu dezimieren und dann die verbliebenen unterlegenen Kräfte zu unterdrücken. Dabei waren die Briten im Vorteil, denn ihre Flotte war größer. So hatten sie eine Seeblockade auf Distanz aufrechterhalten. Sobald ein deutsches Schiff geortet wurde, fuhren die Briten aus der Basis. Das deutsche Schiff wurde abgefangen und versenkt. Dann fuhren die Briten wieder in die Basis zurück. Die Deutschen mussten also diese Fernblockade durchbrechen. Daher war es notwendig, die britischen Schiffe aus der Basis rauszulocken. Darauf sind die Raids auf die Küstenstätte zurückzuführen, um einen psychischen Druck aufzubauen. Doch es kam so, dass der Kreuzer Magdeburg auf eine Sandbank fuhr in der Ostsee. Die Mannschaft wurde von den Russen gefangen genommen und dabei ein Heft mit dem Schlüssel zu den deutschen verschlüsselten Funkübertragungen erbeutet. Dieses wurde auch den Briten übergeben. Danach waren alle verschlüsselten deutschen Funkübertragungen nicht mehr verschlüsselt. Speziell dafür wurde eine Abteilung der britischen Admiralität eingerichtet, das Room 40. Dort wurden alle Übertragungen abgearbeitet, also alles was die Deutschen per Funk übergeben haben, wurde abgefangen und dechiffriert. Damit die Deutschen nicht darauf kommen, dass irgendwas nicht stimmt, wurde nicht auf jede Nachricht gleich reagiert. Die Briten warteten auf einen großen Fisch. Doch die Deutschen lebten auch nicht auf dem Mond und als die Entscheidung zu einer Großschlacht gefallen ist, wurde eine komplette Funkstille ausgerufen. Das Signal zum Auslauf bestand aus einer zufälligen Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die nicht an die Flotte, sondern an die Funkstation in Wilhelmshaven geschickt wurde und erst danach an die Schiffe. So entstand der Eindruck, dass alle Schiffe im Hafen stehen. Daher wussten die Briten nicht, dass die gesamte Flotte der Deutschen ausgelaufen ist. Deutschland nutzte das gute Zeppelin-System zum Bombardierung und Aufklärung. Sie sollten also Aufklärung betreiben und die Aktivität der Grand Fleet beobachten. Die britischen Basen sollten auch von den U-Booten bewacht werden, die alles torpedieren, was da rauskommt. Doch ein paar deutsche Schiffe waren noch beschädigt. Darunter auch die Seidlitz nach dem Gefecht bei Doggerbang. Daher hatte es der Admiral Reinhard Scheer nicht eilig mit kaputten Schiffen eine Generalschlacht zu veranstalten. Also wurde die Operation mehrmals verschoben, bis das Wetter schlecht wurde und die Ressourcen der U-Boote erschöpft waren. Die U-Boote bei den britischen Basen sind abgefahren und konnten keine britischen Schiffe torpedieren. Die haben zwar gesehen, dass irgendwelche britischen Schiffe ausfuhren, doch welche genau das waren, war nicht klar. Eine britische Reaktion auf irgendwelche deutschen Aktivitäten war im Rahmen des normalen vorgegeben. Von daher haben die U-Boote gemeldet, dass die Briten sechs Schlachtkreuzer und mehrere Schlachtschiffe rausschicken. Sie standen separat, die Schlachtschiffe in Scapa Flow und die Schlachtkreuzer in Rosside. Für die deutsche Aufklärung war also alles ganz normal. Es sah so aus, dass ein Geschwader der Schlachtkreuzer nach Scapa Flow fuhr zu einer Patrouille. Um die Basis in Rosside in der Zeit nicht abzuschwächen, wurde ein Geschwader der Schlachtschiffe rübergeschickt. Dort waren vier Dreadnauts enthalten. Also wurde das als eine gute Möglichkeit angesehen, dieses Geschwader abzufangen mit der gesamten Flotte und die Seestreitkräfte der Briten mit einem Schlag den Deutschen zahlenmäßig anzugleichen. Die Briten wussten nicht, wie viele deutsche Schiffe ausgelaufen sind. Sie rechneten mit einem Raid der Kreuzer, so wie bereits mehrmals davor. Auch gut, denn jetzt können wir sie abfangen und alle versenken, dachten sich die Briten. Quasi eine verbesserte Version des Seegefechts auf der Doggerbank. Dafür nehmen wir jetzt mal unsere gesamte Flotte, damit keiner entkommt. Es lief also die stärkste Panzerschiffflotte der gesamten Geschichte aus. Zeitgleich 24 Dreadnauts. Ohne die kleineren Schiffe mal mitzuzählen. Innen sollte die deutlich kleinere deutsche Flotte widerstehen, mit sehr mutigen Seeleuten. Wenn man die Flotten in den Tonnen der Wasserverdrängung vergleicht, wird jedem klar, dass die Deutschen nicht den Hauch einer Chance haben. Am besten gar nicht probieren. Auf der deutschen Seite gab es 16 Dreadnauts. Sechs alte Panzerschiffe, die man einfach für die Zahl mitgenommen hat. Sechs gleiche Kreuzer, fünf Schlachtkreuzer, elf kleinere Kreuzer und 61 kleine Schiffe wie Zerstörer und Torpedoboote. Leider für die Deutschen konnte das Großlinienschiff SMS Bayern mit seinen monströsen 38 cm Kanonen nicht mitmachen, da es noch bei den Testläufen in der Ostsee war. Auf der britischen Seite fuhren 28 Dreadnauts gegen 16 Deutsche, neun Schlachtkreuzer gegen fünf Deutsche, dazu noch acht Panzerkreuzer, 26 kleinere Kreuzer gegen elf Deutsche und 80 kleinere Schiffe wie Zerstörer und Torpedoboote gegen 61 Deutsche. Wenn man die Kaliber der Kanonen vergleicht, wird der britische Vorsprung noch viel deutlicher. Auf der Seite der Deutschen waren jedoch die weitaus besser trainierten Mannschaften. Die Schiffe waren ausgezeichnet gepanzert und hatten eine hohe Lebenserwartung, was den Kaliberrückstand etwas kompensierte. Die Qualität der Panzerung war ebenfalls sehr gut und die sehr gut entwickelten Schutzmaßnahmen des Schiffes. Also stand für die Deutschen außer Frage, dass jedes deutsche Schiff gegen ein vergleichbares britisches Schiff im 1 gegen 1 Kampf gewinnen würde. Also musste man einfach versuchen es so anzustellen, dass die Briten ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen können. Also schickten sie erst eine Gruppe von fünf Schlachtkreuzern voraus. Aber bis zum Schluss wusste keiner, dass die beiden Armadas komplett ausgelaufen sind. Jeder war von dem anderen nur der besten Meinung, nämlich, dass es von denen dort nicht so viele gibt. Die Fahle der deutschen U-Boote hat nicht funktioniert, wie bereits erwähnt. Also liefen aus Rosside die Schlachtkreuzer von Admiral David Beatty aus und von Scapa Flow lief die Grand Fleet aus, unter dem Kommando von John Rossworth Jellicoe. Über diesen Mann sagte Churchill nach dem Seegefecht auf der Doggerbank. Er könnte den Krieg an einem Tag verlieren. Die Schiffe sollten sich zu einer Armada im Bereich der Doggerbank vereinen und Richtung Jutland Halbinsel abdrehen. Auf diese Weise würde eine günstige Angriffsposition für den Angriff auf, wie sie dachten, die wenigen deutschen Schiffe eingenommen werden. Natürlich haben sie Aufklärung losgeschickt, denn David Beatty mit seinen Schlachtkreuzern mit der Verstärkung von vier Schlachtschiffen des Typs Queen Elizabeth. Also am 31. Mai 1916 lief die Gruppe von Beatty um 14 Uhr rum mit einer Geschwindigkeit von 19 Knoten und ante nichts Schlimmes, als plötzlich am Horizont Brauch gesehen wurde. Die Deutschen haben da mit ihren Schlachtschiffen irgendein dänisches Schiff mit dem Namen Fjord zur Überprüfung angehalten. Einfach mal gucken, nicht dass es ein Spion ist. Die Briten haben den Rauch des Dampfers gesehen und auch die deutschen Schiffe. Das wurde an das Kommando berichtet. David Beatty befall den sofortigen Angriff. Doch die Schlachtkreuzer waren um einige schneller als die Schlachtschiffe. Sogar die Schlachtschiffe waren sehr unterschiedlich mobil. Das führte dazu, dass sich die britische Armada sehr in die Länge gezogen hatte. Also circa um 14.51 Uhr wurden vom britischen Leichtenkreuzer Galatier berichtet, dass sieben große Rauchschwaden sichtbar sind, die von kleineren Zerstörerschiffen begleitet werden und sich Richtung Norden bewegen. Sie nahmen an, dass es deutsche Schlachtkreuzer waren. Ein schwerer Fehler. David Beatty wollte dem Gegner die Fluchtwege zu den eigenen Basen abschneiden und manövrierte etwas und näherte sich den deutschen Schiffen mit einer Geschwindigkeit von 23 Knoten an. Die britischen und die deutschen Schlachtkreuzer trafen aufeinander um 15.20 Uhr. Sie näherten sich mit einer Geschwindigkeit von circa 25 Knoten. David selbst befand sich auf dem Schlachtkreuzer Lion. Er mochte seine Großkatzen Lion und Tiger. Um circa 16 Uhr kamen die Schlachtkreuzer in die Reichweite der Hauptkaliber und schossen aufeinander. Das Wetter war nicht gut, es war wolkig und die Wellen waren ordentlich, was nicht die Trefferquote förderte. Doch die Briten machten einen taktischen Fehler. Sie haben mit je zwei Schiffen auf ein feindliches Schiff gefeuert. Dabei waren sie in der Überzahl. Es waren sechs Schlachtkreuzer gegen fünf Deutsche. Die Schlachtschiffe waren zu der Zeit noch zu weit entfernt. Die britischen Schiffe waren im Schnitt stärker, doch sie vergassen auf das Flaggschiff zu feuern und das war die SMS Derflinger. Wenn zwei Schiffe auf ein Ziel gleichzeitig feuern, passiert folgendes. Es gibt zwei verschiedene Wasserfontäne im Ziel und keiner weiß, welche Fontäne von ihm stammt und wie er nun seine Kanonen korrigieren soll. Daher haben die Briten nichts getroffen. Ebenfalls hatte sie herausgestellt, dass die Ausbildung der Artillerie-Mannschaften eher schlecht als gut war. Die SMS Derflinger in der Zeit wurde von keinem bedient und konnte sich sein zielfrei auswählen. Dabei wurden mehrere Treffer erzielt. Darunter wurde das britische Flaggschiff Lion getroffen, direkt am Turm, bei dem das Dach abgerissen wurde. Es gab einen schlimmen Brand, der es bis nach unten in das Munitionslager schaffte. Dank einem Major, der befahl, die Abteilung zu fluten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Dabei verlor der Major beide Beine. Doch das Schiff wurde gerettet. Das Wasser wurde wieder abgepumpt und das Loch gestopft. Doch der Turm blieb derweil in der Cabrio-Ausführung. Dann kam es zu einem Duell zwischen der SMS von der TAN und der HMS Indefatigable. Die britischen 305mm Kanonen gegen die deutschen 280mm kamen in einen regelrechten Zweikampf, wie es sich für zwei Schlachtkreuzer gehört. Doch während der Indefatigable Mal für Mal vorbeischoss, gab die von der TAN erst einen Treffer, dann noch einen und als sie sich eingeschossen hat, schaffte sie einen Treffer in den Munitionslager mit Granaten. Laut anderer Version war das ein Treffer in den Geschützturm, wobei den Briten eine Unordnung herrschte. Sie haben dort die Säcke mit den Treibladungen aufbewahrt, da sie schneller sein wollten als die Deutschen beim Nachladen. Da haben sie das Doppelte an Treibladung mitgenommen. Daher war alles voll mit Treibladungen, auch im Turm drin. Den deutschen Mannschaften wurde das strikt verboten. Die Säckchen selbst waren aus Seide und brannten daher besonders gut. Deswegen ist es möglich, dass der Geschützturm getroffen wurde und die Explosion in den Munitionskeller heruntergegangen ist, wo es dann eine richtig mächtige Explosion gab, die das Schiff in Teile brach. Indefatigable versank samt der Mannschaft. Es überlebten nur drei Mann von 1019. Die SMS von der TAN gewann den Zweikampf, der gar nicht so lange dauerte. Um 16.28 Uhr kam von der Derflinger eine Nachricht von einem Artilleristen, der eine Rauchsäule über der HMS Queen Mary sah und eine starke Explosion war hörbar. Die unbewirtete SMS-Derflinger erzielte mehrere Treffer an der Queen Mary, die anfing zu brennen. Die Flammen standen fast 600 Meter hoch. Die Rauchsäule stieg bis auf drei Kilometer. Die Queen Mary war eines der stärksten Schlachtkreuzer überhaupt. Der Feuerleitoffizier befahl den Beschuss einzustellen, damit sich der Rauch etwas auflöst. Dann befahl er noch eine Salve abzugeben, die das Munitionslager traf und die Queen Mary versank. Der David Beatty sagte, als er das sah. Was zum Teufel passiert mit diesen verdammten Schiffen? Sie sinken ja einer nach dem anderen. Somit kann man sagen, dass das Gefecht etwas unglücklich für die Briten angefangen hat. Gerade eben waren sie noch ein Schiff in der Überzahl und jetzt auf einmal sind sie ein Schiff in der Unterzahl. Die Deutschen bekamen reale Chancen den Briten eine ernsthafte Lektion zu verpassen. Langsam trafen jetzt auch die langsameren Schlachtschiffe der Briten an. Also stand es auf einmal wieder schlechter um die Deutschen, da ihre Überzahl jetzt aufgehoben war und das waren jetzt keine Schlachtkreuzer mehr, sondern dick gepanzerte Schlachtschiffe mit ganz dicken Kalibern. Doch sie flohen nicht, kämpften und erzählten sehr ernsthafte Treffer, unter anderem auf das Schlachtschiff HMS Warspite. Sie wurde mehrmals eingedeckt mit deutschen Salven. Doch da seine Panzerung viel besser war als die der Schlachtkreuzer, hat es ihm nicht so ganz so viel ausgemacht. Also ist die Entscheidung zum Rückzug gefallen. David Bitti nahm die Verfolgung mit gezogenem Schwert auf. Dabei kam es mehrmals zum Schusswechsel. Irgendwann mal haben sie in der Ferne komische Lichter von Signalscheinwerfern gesehen, aber nicht von den Schiffen die sie verfolgten. Langsam dämmerte es, da es schon fast 18 Uhr lokaler Zeit war. Da verstand Bitti, dass er sich an einem sehr schlechten Ort befand, nämlich im Angesicht der gesamten deutschen Hochseeflotte. Es war kein Raid, wie sie anfangs dachten. Jetzt musste sogar der mutige Bitti den Befehl zum Abdrehen geben. Doch der deutsche Admiral Reinhard Scheer hatte sie bereits entdeckt und befeilt zum Angriff, da er auch nicht wusste, dass die britische Grand Fleet ebenfalls vollzählig in der Nähe ist. Also konnte der Bitti das tun, wofür er eigentlich entsandt worden ist, nämlich Aufklärung und Flucht zu den Hauptkräften, falls es heiß werden sollte, um die Gegner in die Falle zu locken. Dieses Manöver klappte auch. Bitti hielt die Deutschen immer in der Sichtweite und gab mal hin und wieder einen Schuss ab und bekam auch die Antwort. So kamen jetzt die deutschen Schlachtschiffe an den schlimmsten Ort, den es für sie gab. Eins gegen gegen die britische Grand Fleet. Sie sind in einer starken Unterzahl. Jedoch waren sie in einer günstigeren Lage, da sie sich vor dem schwarzen Himmel befanden, während die Briten sich vor dem hellen Sonnenuntergang befanden und gut sichtbar waren. Die Briten haben auch nicht erwartet, dass gleich eine riesen Armada ihnen in die Arme läuft und konnten nicht rechtzeitig eine gute Formation für einen Angriff bilden. Sie haben natürlich geschossen, doch es war keine generelle Einkesselung, wo sie ihre Überzahl hätten ausspielen können, sondern eher eine Serie lokale Schusswechsel. Diese flossen dann auf einmal in ein enormes Feuerhackel dieser monströsen Geschütze. Das ganze dauerte nicht sehr lang, nur etwa 40 Minuten. Es fing auf große Distanzen an. Erst schossen sie auf bis zu 15 Kilometer aufeinander, je nach Abschnitt. Schwarzer Himmel, der von Lichtblitzen erhellt wird. Erst nach einigen Sekunden kommen die Granaten mit einem Knall, da das Licht schneller als der Schall ist. Wenn das eigene Schiff war, dann schlugten die Kreuzer und die Zerstörer nach vorne zu bringen. Doch die SMS Wiesbaden bekamen ein paar schwere Treffer ab. Der britische Kontraadmiral Horace Hood befand sich an der Speerspitze der Grand Fleet auf der HMS Invincible und er warf sich sofort auf die SMS Wiesbaden, in dem Wunsch diese in Stücke zu reißen. Doch das hätte er lieber lassen sollen. Die Invincible bekam fünf oder sechs schwerste Treffer der deutschen Schlachtschiffe ab. Nach diesen Treffern wurde der Schlachtkreuzer Invincible, der die Deutschen bei der Volklandinsel besiegte, von riesigen Flammen verschlungen. Innerhalb von wenigen Minuten zerbrach und versank er. Es überlebten nur eine Handvoll Besatzungsmitglieder. Der Admiral Reinhard Scheer schaffte es, den Kontakt zu vermeiden und abzudrehen. Jetzt waren die Deutschen auf der Flucht, da es klar war, dass falls es die Briten schaffen, eine Angriffsformation zu bilden, wird ihre Überzahl den Rest tun. Also schon praktisch in der Nacht kam es zu einem zweiten Zusammenstoff der Schlachtschiffe. Doch diese waren von beiden Seiten dermaßen gut gebaut, dass keins versenkt werden konnte. Doch die deutsche SMS Lützow bekam zehn schwerste Treffer und einen Torpedo ab, so dass im Vorschiff Wasser eindrang. Die Schiffsschrauben hängten in der Luft. Da die Briten innen im Nacken saßen, wurde entschieden, SMS Lützow zu versenken. Seit Litz schaffte es trotz ähnlichen Beschädigungen zurück nach Williamshafen. Sein Heck ragte ebenfalls in die Höhe, doch das Schiff bewegte sich irgendwie. Nur noch ein Turm war funktionsfähig und darin nur eine Kanone. Die Briten wussten nichts davon, dass die Lützow versenkt worden war, da es außerhalb ihres Sichtbereiches gemacht worden ist. In der Nacht also führen die Schlachtschiffe einen Schlagabtausch durch. Admiral Scheer schaffte es, sein Manöver durchzuführen, indem er Torpedo-Boote in den Angriff schickt. Die Schlachtschiffe drehen währenddessen synchron ab und gewinnen Abstand. Kreuzer und Zerstörer wurden zur Verfolgung geschickt. Die Deutschen schickten eigene Kreuzer und Zerstörer, um die Verfolger zurückzuschlagen. Damit ging die heiße Phase der Schlacht zu Ende. Das war in der Nacht des 1. Juni 1916. Die Briten kehrten nach Hause, wo auf sie eine Nachricht aus der deutschen Presse wartete. Es wurde geschrieben, dass die Hochseeflote der Grand Fleet einen vernichtenden Schlag verpasst hat. Das war ein Schock für die britische Gesellschaft, die ihre Flotte für die stärkste der Welt hielt. Deutschland hatte noch kurz davor überhaupt keine Flotte. Mehr noch, vor einer nicht allzu langen Zeit gab es noch gar kein Deutschland. Es war eine Nation der Denker und Dichter. Das Äußere der britischen Schiffe sprach für sich selbst. Verloren wurden Schlachtschiffe HMS Queen Mary samt 1266 Mann Besatzung, HMS Indefatigable mit 1017 Mann, HMS Invisible mit 1026 Mann. Außerdem Schlachtkreuzer HMS Defense samt 903 Mann Besatzung, Kreuzer Warrior und Black Prince, Zerstörer HMS Tipperary, Flottilia Leader und noch sieben weitere Zerstörer. Menschliche Gesamtverluste der Briten betrugen 6094 Mann bestens ausgebildeter Seeleute. 674 Mann waren verwundet, 177 gefangen. Also insgesamt 6945. Dabei haben die Deutschen auch ganz ordentlich was abgekriegt. Nur, dass die Briten nichts davon wussten. Die Menschen sahen nur die besten Schiffe der Grand Fleet durchlöchert, sahen wie die Toten bestattet werden. Die Familien der Seeleute bekamen Todesnachrichten. Die Nation war schockiert und trauerte um die Verluste. Als die Trauer verging, blieb eine Enttäuschung, da eine Vernichtung der deutschen Hochseefloote erwartet wurde, was alleine aufgrund der Überzahl schon garantiert werden sollte. Die Deutschen verloren den Schlachtkreuzer Lutzhof mit 115 Mann Besatzung, ein altes Panzerschiff Bommern, das schon vor Beginn der Schlacht als das 5-Minuten-Schiff bezeichnet wurde. Wie sich später herausstellte, war das eine sehr genaue Beschreibung. Leider gingen 844 Mann mit ihr unter. Dazu sanken auch leichte Kreuzer. Wiesbaden, Elbing, Rostock, Frauenlob und fünf Torpedo-Boote. Menschliche Verluste der Deutschen betrugen 2551 getötet, 507 verwundet, also insgesamt 3058. In einem Seegefecht gibt es weniger Verwundete als Tote da, wenn so ein Koloss versinkt, ist das Überleben praktisch unmöglich. Stellt euch vor, ihr sitzt in dieser gepanzerten Zitadelle und habt keine Ahnung von dem, was da draußen vor sich geht. Ihr habt eure konkreten Funktionen, z.B. gebt Telegraph Nachrichten ein. Plötzlich wird der Boden zur Decke und die Kameraden schreien hinter der Absperrung. Dann fliegen die Nieten rein und kaltes Wasser dringt in dein Sektor ein. Plötzlich stellt sich raus, ihr seid in einer Tiefe von einem Kilometer. Das war's. Wenn ihr über Bord geworfen werdet, dann spürt ihr die Wassertemperaturen im Atlantik, die nicht gerade zum Baden verleihen. Daher die hohen Unterschiede zu Verwunderten und Toten. Flotendienst bedeutet eben maximales Risiko. Man kämpft selten, doch wenn man in einen Schlagabtausch kommt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, es nicht bis zum Krankenhaus zu schaffen. Als Konsequenz aus der Skagarak-Schlacht wurden die Dreadnauts nie wieder in eine Schlacht der Schiffsgeschwader zur See mit einbezogen. Es war einfach viel zu teuer und das Risiko so ein Schiff zu verlieren ist zu hoch. Obwohl der Bau weiter vorangetrieben wurde und die nächste Generation der Super-Super-Dreadnauts bereits richtige gepanzerte Monster waren, sie schossen natürlich ab und zu aufeinander, aber nie wieder, so wie in der Skagarak-Schlacht, alle gegen alle. Niemand wollte das Risiko eingehen, einen solchen Super-Monster zu verlieren. Es zeigte sich, dass sogar eine doppelte, zahlenmäßige Überlegenheit kein Garant dafür ist, dass man den Gegner garantiert erfolgreich bekämpft und als Gewinner hervorgeht. Dennoch können sich die Briten zu den Gewinnern dieser Schlacht zählen, da ihr strategisches Ziel trotz der hohen Verluste erfüllt wurde. Dieses bestand darin, den Durchbruch der Blockade durch die Deutschen nicht zuzulassen. Der Kaiser ließ aus der Furcht, weitere Schiffe einzubüssen, nie wieder die gesamte Hochseefloote gegen die britische Grand Fleet auslaufen. Diese Schlacht zeigt den Gipfel der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft. Überall herrscht freie Marktwirtschaft. Die ganze Welt ist korrekt aufgebaut und funktioniert, so wie sie soll. 44 Millionen Mark für ein Schiff, das nichts anderes zur Aufgabe hat, als ein anderes vergleichbares Schiff zu versenken oder allen so viel Angst einzujagen, dass sie dir gleich alles Geld, Öl, Kohle oder Bananen übergeben, das sie in ihrem Land haben. So Freunde, das war's. Wer's bis hierhin geschafft hat, schreibt bitte seinen Nicknamen in den Kommentaren runter. Der kriegt von mir 100 Respektpunkte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für weitere Videos zur Thematik oder zu anderen Thematiken, die ihr mir auch bitte mitteilt, einfach das Video teilen, kommentieren und mit einem Daumen hoch versehen. Danke noch einmal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Adios.